Unser Körper ist darauf ausgelegt, sich selbst zu heilen. Das geschieht permanent. Er repariert äußere Verletzungen, wie einen Schnitt in den Finger, heilt gebrochene Knochen, bekämpft ununterbrochen lästige Erreger. Und du musst gar nichts dafür tun. Oder doch? Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's! Lange wurde die Fähigkeit unseres Körpers zur Selbstregeneration deutlich unterschätzt und nicht so wirklich ernst genommen. Mittlerweile nimmt aber das Bewusstsein für unsere Selbstheilungskräfte wieder deutlich zu. Immer mehr Mediziner erkennen, dass der Einfluss, den wir selbst auf unsere Gesundheit nehmen können, enorm ist. Es gibt über 200 Zelltypen. Pro Sekunde sterben ungefähr 50 Millionen ab. Gleichzeitig entstehen neue. Durch diesen Ab- und Aufbau bleiben unsere Zellen und damit unser Körper intakt. Zellen funktionieren nur im Verbund. Alleine kann eine Zelle nicht viel ausrichten. Treffen beispielsweise die Zellen der Atemwege auf schädliche Substanzen aus Umweltgiften, beginnt eine ganze Reihe von Stoffwechselvorgängen, um weitere Schäden zu verhindern. Enzyme, Proteine und Zellen sind dabei perfekt aufeinander abgestimmt. Und sie lassen sich vor allem durch eines beeinflussen. Durch unseren Lifestyle. Und das bedeutet, je besser unser Körper mit den Stoffen versorgt ist, die unsere Zellen zum Funktionieren benötigen, desto reibungsloser laufen die Regenerationsprozesse ab. Desto besser läuft die Selbstheilungskraft. Ein kurzer Blick in unsere Zellkraftwerke, die Mitochondrien. Genau dort wird die Energie für unseren Organismus hergestellt. Das ist schon lange bekannt. Jetzt gibt es aber weitere spannende Erkenntnisse. Sie sind unter anderem an der Regulation des programmierten Zelltods, der Apoptose, beteiligt. Und können auch die anderen Bestandteile der Zelle mit Hilfe verschiedener Signalwege über ihren eigenen Zustand informieren. Und haben einen wichtigen Einfluss auf die schlagkräftige Abwehr. Nochmal, weil so wichtig. Damit die Zellen und die Zellkraftwerke gut funktionieren, brauchen sie Baustoffe, Nahrungsbestandteile. Und für deren Aufnahme sind wir verantwortlich. Wir können das auch andersrum denken. Je mehr vitalstoffarmer, hochverarbeiteter, mit Zusatzstoffen vollgepackten Nahrungsmüll oder wie ich sie nenne, Füllstoffe essen, desto mehr belasten die Aufräum- und Entsorgungsarbeiten den Organismus, die Zellen, die Zellkraftwerke, die sich dann nicht mehr voll auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Dann lahmt die Regeneration. Wir haben immer weniger Energie. Natürlich weißt du, wie wichtig Vitalstoffe für deine Gesundheit sind. Spannend ist, dass einzelne Vitamine und Mineralien Einfluss auf teilweise mehrere, hunderte Stoffwechselvorgänge nehmen. Das heißt dann auch, wenn nur wenige davon zur Verfügung stehen, dann gibt es irgendwann und irgendwo eine Mangelversorgung. Dann läuft das filigrane Uhrwerk sozusagen nicht mehr im Takt. Nur ein paar Beispiele. Zink ist unter anderem Bestandteil unzähliger Enzyme, Hormone und Rezeptoren. Zink ist auch an der Bildung der Nukleinsäure, das sind Bausteine unserer Erbsubstanz, während der Zellteilung beteiligt. Eisen und Magnesium sind zentral wichtig für eine gut funktionierende Zellteilung. Magnesium ist an über 300 Enzymen beteiligt. Viele davon wirken im Energiestoffwechsel. Blöd, wenn es da zum Mangel kommt. Spannend sind auch die Antioxidantien, die vor allem in möglichst frischem Obst und Gemüse vorkommen. Sie neutralisieren sogenannte freie Radikale. Genau die können in Überzahl die Zellen so schwer beschädigen, dass es sich selbst zerstören wird. Hoffentlich. Denn manchmal ist dieser Selbstzerstörungsmechanismus bestätigt. Dann kann die Zelle unkontrolliertes Wachstum anregen. Das ist dann, ja genau, Krebs. Selen schützt auch indirekt vor solchen Radikalangriffen, weil es ein Baustein für unser wichtigstes Entgiftungssystem ist. Die Glutation per Oxidase ist zu wenig Selen. Im System besteht die Gefahr, dass unser Organismus zu wenig gegen Feinde bewaffnet ist. Ich erwähne das, weil sehr viele Menschen deutliche Mangel sind. Mal nebenbei, das ist auch für die Figur ganz schlecht, weil wir genügend Selen brauchen, um Schilddrüsen, Hormone überhaupt erst aktivieren zu können. Passiert das nicht, haben wir nicht nur weniger Energie, wir verbrennen auch weniger. Selbst im Ruhezustand. Ja, kann man jetzt Krankheiten wegessen? Es ist so, einige Menschen haben stärkere Widerstandskräfte als andere. Sie erkranken seltener, stecken sich seltener an und überwinden viele Erkrankungen auch ohne ärztliche Hilfe. Ein Teil dieser Heilkraft geht sicherlich auf unsere Psyche und auf die genetischen Faktoren zurück. Weitere wichtige Schallstellen sind aber auch unsere Ernährung und natürlich generell unser Lifestyle. Auch wenn bei vielen Krankheiten medikamentöse Therapien absolut wichtig und zielführend sind, ist die Ernährung trotzdem ein wichtiger, leider immer noch oft unterschätzter Baustein. Das erkenne ich in Aussagen gegenüber krebserkrankten Menschen, wenn der Arzt sagt, dass man einfach weiter das essen soll, was einem schmeckt, weil die Ernährung keinen Einfluss auf die Krankheit haben soll. Das ist so unglaublich falsch. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Oder nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Eine Krankheit, die sich im hohen Tempo ausbreitet. Diabetes Typ 2. Die gängige Therapie ist noch immer Tabletten und Spritzen. Dabei ist es so eindeutig, dass jeder Betroffene über den Lebensstil diese Krankheit mit dann viel weniger Medikamenten im Griff haben kann. Ich selbst kenne so viele aus meiner Community, die sich selbst geheilt haben, gar keine Medikamente mehr brauchen und dann noch als Bonus viel mehr Lebensenergie und Lebensfreude haben als vor dieser Diabeteserkrankung. Ich kann nicht abschätzen, ob du dich mit einer Krankheit schon aufgegeben hast oder spürst, dass du selbst so viel tun kannst, fast egal bei welcher Krankheit. Wenn du dich unsicher in diesem Ernährungsdschungel fühlst, ich nehme dich gerne an die Hand. Genau für solche Menschen wie dich habe ich mein Online-Coaching leichter, als du denkst, auf die Beine gestellt. Nimm doch einfach mal an meinem kostenlosen Online-Vortrag teil, damit du erkennst, dass mein Team und ich ganz anders an dieses so nervige Thema rangehen. Das ist auch der Grund, warum bis Mitte 2023 schon über 100.000 Menschen dieses 12-Wochen-Programm gemacht haben, mit teilweise unglaublichen Ergebnissen. Klick auf den Link hier in der Beschreibung unter diesem Video und suche dir einen passenden Termin für den kostenlosen Online-Vortrag aus. Mach das am besten gleich, sonst ist die Chance leider wieder weg. Nicht nur Diabetes Typ 2, sondern auch Bluthochdruck, eine Schilddrüsen-Unterfunktion, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthrose und andere Erkrankungen der Gelenke. Ja, sogar Krebs lassen sich mit einem gesunden Lifestyle ergänzend bekämpfen oder sogar komplett vermeiden bzw. bis ins hohe Alter hinaus zögern. Die Chance ist auf alle Fälle drastisch größer, als wenn du gar nichts in diese Richtung übernimmst. Okay, in kurz, worauf es ankommt. Du brauchst 47 Bausteine der Ernährung. Das erkläre ich dir in diesem genannten Online-Vortrag noch ein bisschen genauer. Ist hier nur ein einziger Baustein auf Dauer im Mangel, kann das längerfristig ernsthafte Konsequenzen haben. Und es ist auch nicht so schwer, ausreichend davon zu essen. Dann funktioniert auch der Zellschutz, indem zu viele Freiradikalen abgewehrt werden. Nicht nur über das Essen kannst du Selbsthaltungskräfte unterstützen, sondern auch über deine Psyche. Das ist mittlerweile ganz klar bewiesen. Wer grundlegend der Welt positiv gegenübersteht, wehrt potenzielle Gesundheitsgefahren viel effektiver ab. Dabei helfen Hormone wie Endorphine und Dopamin. Die wirken wie Schmerzmittel. Muskeln schütten sogenannte Myokine aus, die sehr wichtig für unser Immunsystem sind. Sagen wir es mal vereinfacht. Das sind stärkende Proteinshakes für die Immunpolizisten, damit die hochkonzentriert, mit viel Kraft gegen gefährliche Eindringlinge vorgehen können. Deshalb, alles an Bewegung, was die Muskeln stärkt, stärkt deine Abwehr. Und die sorgt dafür, dass du bis ins hohe Alter möglichst fit und auch, wenn du magst, schlank bleibst. Zusammengefasst, Bewegung, eine vitalstoffreiche Ernährung und die Unterstützung der Psyche sorgen für die beste Voraussetzung, dass du deine Selbsthaltungskräfte permanent aktivierst. Nur wenn das Immunsystem mitspielt, können wir Krankheiten bekämpfen. Auch wenn Medizin und oder medizinische Eingriffe nötig sind, du hast selbst viel in der Hand, deinen Körper von innen heraus gesund zu erhalten. Es lohnt sich. Du hast nur diese eine Gesundheit. Lerne, wie einfach er sein kann, dafür etwas zu tun. Melde dich gleich zum kostenlosen Online-Vortrag an. Er wird dir riesengroßen Spaß machen. Das wette ich an dieser Stelle. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.